Und dann lass uns doch gleich über den nächsten Gegner sprechen, Wolfsburg. Ganz wichtiges Spiel für Omar Moush, der ja ausgeliehen wurde von Wolfsburg und auch spielen darf gegen Wolfsburg, muss man ja dazu sagen, da gab es ja schon Klauseln bei anderen Vereinen, da hieß es dann, man darf Leihspieler nicht gegen den Heimatverein einsetzen. Oma darf aber spielen gegen Wolfsburg und die stehen aktuell auf Platz 8 und jetzt wollte ich dich erstmal fragen, Trainerwechsel, jetzt wieder eine eher schwächere Phase mit Kohfeldt, nach gutem Start mit Unterkohfeldt, Platz 8, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, also so gefühlt hätte ich jetzt gesagt, Wolfsburg ist irgendwo Platz 11, 12 oder so und jetzt sind die auf Platz 8 und haben sogar noch Anschluss sozusagen zum internationalen Geschäft, das sind nur drei Punkte auf Union Berlin. Wie hast denn du die Wolfsburger jetzt so wahrgenommen in der Saison bis dann? Naja, so wie in jeder Saison eigentlich gar nicht, also die spielen halt so vor sich hin, mal gut, mal schlecht und am Ende stehen sie irgendwie dann relativ weit oben, weil sie so viel Kohle haben und ich weiß noch, unter Van Bommel haben sie glaube ich auch am Anfang der Saison irgendwie alles gewonnen, dann alles verloren, haben sie dann rausgeschmissen, dann kam der Kohfeldt, dann haben sie alles gewonnen und jetzt haben sie alles verloren. Das ist die Kurzvariante, man muss sagen, unter Van Bommel haben sie viele Spiele zwar zu Beginn gewinnen können oder nicht verloren, aber da war auch oft Glück dabei, also das waren so Spiele, da wusstest du, okay, wenn du die jetzt zehnmal spielst, geht das Spiel vielleicht zweimal so aus, wie es eben dann ausgegangen ist. Also man konnte schon Schwächen erkennen bei den Wolfsburgern. Du meinst, der Van Bommel war der Korkut von Wolfsburg? Ja, ich glaube fast sogar, dass der Korkut noch besser gewesen ist beim VfB, als es der Van Bommel dann in Wolfsburg war. Jetzt unter Kohfeldt habe ich noch nicht allzu viele Spiele gesehen, das muss ich zugeben, also das Spiel gegen Mainz habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, um sich schon abschließend ein Bild zu machen von dem, was Florian Kohfeldt sich für Wolfsburg ausgedacht hat. Aber du hast vorhin gesagt, du hast die Wolfsburger sonst nie wahrgenommen, das war bei mir in der vergangenen Saison komplett anders, weil ich fand, unter Glasner hat Wolfsburg richtig guten Fußball gespielt. Das war sogar eine Mannschaft, die ich mir rein vom Fußball gerne angeschaut habe, also mir hat das wirklich gut gefallen, was sie da gespielt haben und das haben sie jetzt komplett verloren. Jetzt sind sie eben wieder diese Mannschaft, für die sich keiner interessiert, zum einen, weil es halt so ein Plastikklub ist und zum anderen, weil sie halt auch so wenig mitreißend spielen, so möchte ich es mal sagen. Und das ist jetzt gegen Mainz natürlich auch nicht viel besser gewesen, muss man sagen, klar, wenn man 0-3 verliert, liegt das auf der Hand, aber die Spiele, die ich auch unter Van Bommel sehen konnte, die fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig gut, also auch die, die sie gewonnen haben. Ich weiß nicht so richtig, wo Wolfsburg hin möchte, ich habe das Gefühl, dass die irgendwie, also es fehlt jetzt derjenige, der die Struktur sozusagen ein Stück weit vorgibt und den Plan sozusagen aufstellt, an den sich alle halten können. Also sprich, es fehlt ein guter Trainer, so wie es Glasner einer war. Also klar, Glasner hat gerade auch in Frankfurt seine Probleme, aber er hat da Wolfsburg richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Und hier würde ich vermuten, hat sich der Schmattke mal wieder ein bisschen vertan, weil unter Labbadia hat es ja auch ganz gut funktioniert in Wolfsburg. Und auch da war es ja dann das Verhältnis zwischen Schmattke und Trainer, das dazu führte, dass der Trainer gesagt hat, ach lass mal. Und ähnliches hörte man jetzt auch wieder von Glasner, dass es da, also er hat es selber nicht gesagt, aber so soll es wohl abgelaufen sein, dass die beiden sich dann auch nicht mehr ganz so grün waren. Da gab es ja auch mal ein legendäres Interview, meine ich, in der vergangenen Saison, als Glasner sich relativ eindeutig in Richtung Schmattke geäußert hat. Ja, auf was will ich hinaus? Also ich glaube, dass der Kader eigentlich viel mehr hergibt, als das, was wir bislang gesehen haben in der Saison. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass die Wolfsburger die letzten vier Spiele nicht gewinnen konnten, die letzten drei sogar verloren haben, da muss man dazu sagen, eins in der Champions League, aber trotzdem, dann ist es natürlich gerade eine Phase, die muss der VfB zumindest mal dahingehend ausnutzen, dass man sich die Möglichkeit für einen Punkt lange offen hält. Also ich sehe Wolfsburg als machbar, was jetzt einen Punkt angeht, also nicht einen Sieg. Aber ich sehe da wirklich die Möglichkeit für den VfB, dass man die Wolfsburger ärgern kann. Was mir aufgefallen ist, wenn du so auftrittst wie zum Beispiel Mainz, wirklich aggressiv die Spieler früh anlaufen, immer wieder stören, die hinten die Dreierkette, mit der Kohfeldt jetzt gespielt hat gegen Mainz, unter Druck setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass er gegen den VfB mit einer Viererkette spielt, aber sehen wir dann, also sprich die Abwehrspieler immer unter Druck setzen, dann ist da was möglich. Denn das ist für mich etwas, was eklatant ist in der Saison. Die Abwehrspieler, die in der letzten Saison noch richtig gut waren, also Lacroix und Brooks, die stehen komplett neben sich. Also Lacroix, zwei Platzverweise, Eigentore, viele verschuldete Tore, also da geht gar nichts mehr, Brooks ähnlich. Da muss der VfB dann irgendwie zuschnappen und wie gesagt, sich zumindest lange Zeit diese Möglichkeit auf den Punkt offen halten. Und dann sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass der VfB in Wolfsburg was mitnimmt. Aber wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, das muss man halt auch sagen, die Qualität haben sie, dann kann es für den VfB natürlich auch schwer werden. Ich weiß nicht, was du für Erwartungen hast in Sachen Punkteausbeute. Ja, schwieriges Thema, denn Wolfsburg spielt ja auch morgen gegen OSC Lille in der Champions League und ich glaube, das ist so ein Do-or-Dye-Spiel. Also wenn Wolfsburg gewinnt, sind sie in der Zwischenrunde und wenn sie verlieren, sind sie halt komplett raus. Also sie treten dann am Samstag entweder komplett euphorisiert oder komplett desillusioniert an, um das Wort mal zu verwenden. Und ich glaube, beides könnte dem VfB in die Karten spielen. Also eine Mannschaft, die jetzt unter der Woche nochmal europäisch spielt, in einem ganz, ganz wichtigen Spiel, auf dem auf jeden Fall der Fokus liegt. Ja, also ich glaube, man darf das Spiel in Wolfsburg nicht abschenken. Ich glaube, wir haben alle als VfB-Fans da keine guten Erfahrungen, was Spiele in Wolfsburg angeht, aber ich glaube, das Setting ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Also wenn du sagst abschenken, sprichst du da die Mannschaft an, also den VfB oder eher? Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Aber normalerweise holt der VfB ja in Wolfsburg einfach nichts. Also sei es aufgrund mangelhafter Leistung oder sei es aufgrund schlechter Schiedsrichterleistung oder sonst was halt. Aber das ist ja für uns kein gutes Pflaster einfach, das meine ich. Ja, da gehe ich mit. Aber prinzipiell sehe ich schon Möglichkeiten, das habe ich jetzt gerade eben auch ausformuliert. Ich bin jetzt mal, wie gesagt, gespannt, was sich Kohfeldt für eine Formation ausdenkt. Und mal spielt er mit Dreierkette, mal mit Vierierkette, mal ist Arnold der alleinige Sechser. Dann spielt das mal wieder mit einer Doppelsechs und dann kommt Franks mit dazu und unterstützt Arnold. Aber was mir halt jetzt in den letzten Spielen, also ich habe über die volle Distanz das Mainzspiel gesehen, ansonsten Zusammenfassung, muss ich sagen, aufgefallen ist, ist so ein bisschen die mangelnde Struktur. Und dass es teilweise etwas kopflos daherkommt, was Wolfsburg so spielt. Und da bin ich gespannt, ob zum Beispiel ein Erfolg gegen Lille einfach dazu führen kann, dass die Mannschaft einfach ein bisschen sicherer auftritt, weil das fehlt ja aktuell. Und das hat Kohfeldt ihr eigentlich zurückgegeben. Ich kann mich da an so ein Champions-League-Spiel erinnern, das weiß ich aber nicht mehr, gegen wen das war. Das konnte Kohfeldt gewinnen mit Wolfsburg. Und da war ich richtig beeindruckt, wie abgezockt die das eigentlich schon runtergespielt haben unter ihrem neuen Trainer, der ja auch noch nie vorher in der Champions-League trainiert hat, muss man dazu sagen. Und ich hoffe natürlich, dass sie das Gesicht zeigen vom vergangenen Samstag. Dann hat der VfB gute Möglichkeiten, wirklich einen Punkt mitzunehmen. Wenn die Wolfsburger ihre Top-Leistung abrufen, dann wird es für den VfB auf jeden Fall schwer. Da lege ich mich fest. Ja klar, gar keine Frage. Also eins kann man auch noch erwähnen, ganz kurz, was uns noch Mut machen könnte. Wolfsburg hat, glaube ich, die zweitschlechteste Chancenverwertung in der Bundesliga. Oh. Also das heißt, wir können hier und da mal was zulassen und müssen nicht gleich Sorge haben, dass wir hoch in Rückstand geraten. Aber man sollte es vielleicht nicht strapazieren. Der VfB ist ja in der Liga bekannt als Aufbaugegner und ich möchte nicht dann dafür verantwortlich sein, dass Wolfsburg in Sachen Chancenverwertung von Tabellenplatz 17 auf 12 oder so klettert. Also man sollte das vermeiden. Gut, was man auch noch sagen muss, Kastels wird zurückkehren nach überstandener Corona-Infektion. Könnte sein, dass der jetzt schon gegen Lille... Ja, morgen schon, oder? Habe ich gelesen. Ja, könnte sein. Also ich bin mal gespannt, ob es Kohfeldt auch wirklich durchzieht, weil, soweit ich weiß, konnte Kastels erst ein- oder zweimal mit der Mannschaft trainieren. War ja, glaube ich, auch seit Mitte November raus. Also klar, ist ein Torwart, aber wir haben es jetzt bei Müller miterlebt. Es dauert manchmal eine Weile, bis du dann wirklich wieder die Werte vorweisen kannst, die du eigentlich haben solltest, um im Tor zu stehen. Wobei jetzt der Ersatzmann gegen Mainz auch nicht unbedingt gerade eine gute Figur macht. Also wahrscheinlich ist das Risiko da gar nicht so groß, wenn du dann den halb angeschlagenen Kastels da ins Tor stellst. Ansonsten fällt, glaube ich, noch Mehmedi aus mit Muskelproblemen. Viel weiter bin ich da jetzt nicht in die Analyse gegangen. Dafür habe ich mir noch ein paar Spiele rausgesucht, Sebastian, über die wir sprechen sollten, die Players to Watch. Ja, aber bevor du mit den Players to Watch loslegst und Maxi Arnold keiner von denen ist, ich hatte ja am Anfang der Sendung angekündigt, ich habe hier Zitate von Maxi Arnold aus dem Kicker-Interview. Und die würde ich kurz noch wiedergeben. Und dann können wir die Players to Watch durchgehen. Ich fange kurz mal hier bei Claudia nach, weil vielleicht kann man es hören. Wie immer hat sich meine Hasendame überlegt, dass sie pünktlich zu Sendebeginn hier wieder das Haseninterieur, neu einrichtet. Aber was ich noch sagen wollte, die wurde heute von Olaf angegriffen, die kleine Claudia. Nein! Ja, heute ist es passiert, Olaf hat ihr in den Rücken gebissen. Ja, diesmal war Olaf überlegen, muss man sagen. Eigentlich ist Claudia diejenige, die das Sagen hat. Aber da hat sich Olaf gedacht, so, dir beiß ich jetzt einfach mal in den Rücken. Es sind keine offensichtlichen Schäden entstanden, aber ich vermute, dass es der Zücher nicht so gut getan hat. Gut, jetzt aber zu Maxi Arnold. Genau, und Maxi Arnold wird vom Kicker gefragt. Schon nach der ersten Niederlage gegen Hoffenheim waren sie deutlich in der Kritik, weil sie ahnten, dass es in die falsche Richtung läuft. Und da sagt Maxi Arnold, wir haben zeitweise mit einer Sorglosigkeit gespielt, die es in der Saison davor nicht gegeben hat. Da musste man sich den Allerwertesten aufreißen, da haben wir stets mit Vollgas gespielt. Und ich finde, da gibt es halt schon so ein bisschen Parallelen zum VfB. Also, dass Wolfsburg in der aktuellen Saison so ein bisschen zu sorglos sich bewegt. Und dann sagt Maximilian Arnold auch noch, wir sind keine Mannschaft, die so etwas von allein reguliert. Das müssen wir uns angreifen. Speziell für das Spiel gegen den Ball hätten wir mehr einfordern müssen. Unter Glasner haben wir das immer und immer wieder trainiert. Er war besessen von seiner Idee. Und das hat sich auf die Mannschaft übertragen. Ein Trainer muss uns nerven. Und jetzt frage ich dich, nervt Matarazzo den VfB genug? Ich dachte, du fragst mich jetzt, ob Kohfeldt nervt. Dann hätte ich gesagt, na klar, mich. Ja klar nervt er, aber nicht uns. Also uns schon, aber den VfB, den VfL vielleicht nicht. Ja, doch. Ich denke, Matarazzo nervt seine Spieler schon. Also das merkst du auch, wie angepisst er war jetzt nach dem 2-2. Ja, aber tatsächlich jetzt zum ersten Mal, oder? Dass er sagt, einzelne Spieler haben nicht alles gegeben und so weiter. Also ich glaube, diese Angepisstheit bei Pressekonferenzen nachspielen, die habe ich schon ein paar Mal jetzt in der Saison erlebt. Also der nimmt das dann auch schon sehr ernst, was da auf dem Platz passiert ist. Und ich glaube, der schiebt denen dann schon ab und zu mal einen Stock in den Arsch, damit sie beim nächsten Mal dann sich vielleicht ein bisschen besser bewegen. Und das ist auch eigentlich genau das, was du mal machen musst. Also klar, manche Spieler müssen aufgebaut werden, ist schon alles klar. Aber irgendwann musst du denen halt auch, wie man so schön sagt, Beine machen. Also dann ist mal wieder Schluss mit lustig. Und ich glaube, das macht er schon. Übrigens, gut, dass du das ansprichst. Das möchte ich eigentlich jetzt auch in der Aufstellung ein Stück weit sehen, was Matarazzo für Sorgen hat mit Spielern, die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen über 90 Minuten. Weil wenn du das so kritisierst, musst du es eigentlich an der Aufstellung sehen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Startelf-Tipp mit Pascal Schenzel auf jeden Fall. Genau, klar, ich komme mal dazu. Aber ich muss noch eins zu Maxi Arnold sagen. Also selbst wenn du es vorliest, schalte ich ab. Wenn Maxi Arnold irgendwas von sich gibt, bin ich raus. Ich mag den irgendwie. Der ist für mich der moderne Roy Präger. Ich dachte gerade schon Roy Black und dann wollte ich dich schon fragen, was ist denn da los? Irgendwo steht auch, dass jetzt, glaube ich, Maxi Arnold der Rekord-Bundesligaspieler ist von Wolfsburg. Das ist eine Leistung. Ja, ist wirklich eine Leistung. Also sind jetzt auch schon eine Weile dabei. Aber ist mir völlig egal. Das muss ich leider zugeben. Nicht egal. Jetzt kommt eine kurze Quizfrage. Maxi Arnold, wie alt ist er? 25, 24, 26. Ich hätte gesagt 35, aber er ist 27. 27, okay. Bei Maxi Arnold weiß ich einfach, dass man ihn immer älter schätzt, als er eigentlich ist. Von daher, ja. Tschüss Maxi Arnold, zurück zu den Players to Watch. Und ihr wisst ja, wir schauen hier die Spieler an, die eher etwas jünger sind und die man noch nicht so kennt. Und da habe ich mir drei ausgesucht. Einen davon kennt man natürlich sehr, sehr gut. Ich fange erst mal an mit Asta Franks. 19 Jahre alt. Der wurde bereits im vergangenen Winter, also in der Winterpause, vom KV Mechelen, würde ich sagen. Oder Mechelen. Ich weiß es nicht genau. Und der endgültige Wechsel erfolgt dann im Sommer für 8 Millionen Euro. Und das ist ein Sechser, beziehungsweise ein Achter. Also er kann da im zentralen Mittelfeld eigentlich alle Positionen spielen. Mit einem sehr starken Schuss. Schnell, dribbelstark, gutes Stellungsspiel. Und der hat sich jetzt unter Kohfeldt festgespielt. Das ist so ein Talent, muss man einfach sagen. Dass sich die Wolfsburger da geholt haben. Das so ein bisschen unter dem Radar fliegt, muss man eigentlich wirklich so sagen. Weil es ist halt Belgier und offensichtlich, oder wir wissen, in Belgien gibt es viele, viele gute Spieler, junge Talente, vor allem auf der Position. Und ja, jetzt haben sie Franks nach Wolfsburg geholt und er hat mich bislang wirklich, begeistert ist vielleicht zu viel gesagt, aber überrascht. So könnte man es sagen. Er hat mich bislang überrascht. Gefällt mir richtig gut. Was er bislang zeigt, ist ein Spieler, auf den sollte man achten. Ich wollte es gerade mit irgendwelchem Nerdwissen nochmal auftrumpfen und dich fragen, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass der FC Bayern im Landespokal der Meister gegen den KV Mechelen mal gespielt hat. Und habe das dann gegoogelt und bin dann darauf hängen geblieben, dass auch die Bayern wohl im letzten Jahr Interesse an Franks hatten. Ja, also es ist schon beachtenswert mit was für einer Ruhe. Wer das runterspielt und erinnert mich phasenweise an Mangala. Also guter Transfermann meiner Meinung nach, der Wolfsburger. Gut, dann Lukas Mechard, der ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, den kennt ihr alle, 22 Jahre alt. Stürmer, kam im Sommer für 8 Millionen von Man City, war zuvor an den RSC Anderlecht verliehen. Berlin, dort traf er in 31 Spielen 14 Mal, bereitete drei Tore vor. Eine ordentliche Quote, keine herausragende. Ja, aber richtig aufgefallen ist er mir und ich denke mal den meisten durch gute Leistungen für die deutsche U21. Natürlich bei der Euro, aber auch davor schon in diversen Testspielen und Qualifikationen spielen. Da ist er richtig aufgefallen. Ich dachte, er braucht noch ein bisschen, bis er sich in der Bundesliga dann festspielen kann. Inzwischen ist ihm das gelungen. Er spielt bei Wolfsburg eigentlich regelmäßig und trifft auch regelmäßig und gehört zu was. Dann müsstest du das vielleicht nochmal nachschauen. Glaube ich sogar zu den Top-Torschützen der Wolfsburger. Ja, absolut. Also er hätte dann wirklich sehr selbstbewusst in Wolfsburg gleich die 10 bekommen, aber auch 13 Spiele, 5 Tore. Das kann sich sehen lassen. Also auch Wout Weghorst hat 5 Tore geschossen, aber niemand mehr. Also Top-Torschütze in Wolfsburg und ja, ich würde sagen, das ist ein Einstand nach Maß. Und ich habe ihn tatsächlich auch im, was war es denn, U21-EM war es in diesem Jahr, eher als Aluminiumschütze irgendwie wahrgenommen. Aber er scheint auch das Netz treffen zu können. Ja, absolut. Also da hat er sich so ein paar Mal hervorgetan, muss man sagen. Ist sowieso ein Spieler, der relativ wenig Chancen braucht. Das muss man einfach mal hervorheben. Auch wenn ich gerade eben eine Statistik hatte, dass die Wolfsburger in Sachen Chancenverwertung nicht besonders gut dabei sind. Also an Matcher liegt es nicht, kann man hier festhalten. Das sind dann eher die anderen. Wahrscheinlich ist es der Woutbürger, der die Quote hoch treibt. Ja, was zeichnet Matcher noch aus? Also das muss ich noch erwähnen und zwar die gute Ballkontrolle. Guter erster Kontakt, das ist einfach Qualität von Matcher. Da musst du aufpassen, da hast du wenig Möglichkeiten, das zu verteidigen. Wenn er mit einem Kontakt den Ball verarbeitet, mit dem anderen dann abschließt, da musst du sozusagen auf Zack sein. Richtig guter Spieler. Und den dritten, den ich nennen möchte, den habe ich einmal gesehen, und häufiger konnte man ihn. Bislang auch nicht sehen. Und zwar Micky van de Ven. Der ist 20 Jahre alt, ist ein linker Halbverteidiger und kam im Sommer für dreieinhalb Millionen aus Vollendamm. Also da lag er mich nicht fest auf die Aussprache. Ja, der hat bislang nicht viel für Wolfsburg gespielt. Wie gesagt, bislang nur diese 30 Minuten gegen Augsburg, die ich gesehen habe, aber die fand ich sehr solide. Gute Spieleröffnung, gute Zweikampfführung. Und wenn du mich nach diesem Spiel gefragt hättest, sehen wir den jetzt noch ein paar Mal, hätte ich gesagt, du, der spielt wahrscheinlich bald von Anfang an. Ich würde es nicht komplett ausschließen, weil wir haben ja vorhin schon herausgearbeitet, die eigentliche Stamm in Verteidigung Probleme hat. Lacroix und Brux sind nicht so gut wie in der vergangenen Saison. Also wer weiß, vielleicht schlägt noch die Stunde vom Micky. Aber der hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich den hier mit reingenommen. Mal gucken, ob wir nochmal über Micky van de Ven sprechen dürfen. Sebastian, wir kommen zum Startelf-Tipp des VfB Stuttgart. Jetzt wird spannend. Wir haben gerade eben schon gesagt, wir wollen natürlich auch in der Ausstellung sehen, dass es offensichtlich Spiele gibt, die nicht mit 100 Prozent 90 Minuten für den VfB auf dem Platz stehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wen wir rausschmeißen, wen wir reinholen. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich erstmal kurz wieder schauen, wer steht überhaupt zur Verfügung. Also Mosanko, ich erwähne ihn, weil er es verdient hat, ist natürlich weiterhin keine Option. Sascha Kalajdzic, da gibt es gute Nachrichten. Der absolvierte heute Teile des Mannschaftstrainings, arbeitete aber überwiegend individuell. Aber das Comeback rückt näher. Ich möchte jetzt keine Hoffnung verbreiten, aber vielleicht kannst du das auch so widerspiegeln. Ich wäre nicht ganz überrascht, wenn er vielleicht noch so einen Kurzeinsatz bekommt gegen Köln. Ja, so ein paar Minuten noch in diesem Kalenderjahr halte ich nicht für ausgeschlossen, weil wenn er jetzt wieder auf dem Platz steht mit der Mannschaft, ja, vielleicht geht da was. Erik Thommy fehlt offensichtlich weiterhin mit Beckenschiefstand nach Corona oder aus anderen Gründen. Also wie gesagt, ich habe es gegoogelt, ich habe keinen einzigen Eintrag gefunden unter Beckenschiefstand nach Corona, das ist ein Mythos. Chris Führig, auch da gibt es noch kein Update, der war ja Corona-positiv, müsste eigentlich diese Woche wieder ins Training einsteigen. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ich würde sagen, er ist jetzt noch keine Option gegen Wolfsburg, weil er war heute nicht dabei im Training, wenn ich das auf den Bildern richtig gesehen habe. Würde mich wundern, wenn er dann direkt, keine Ahnung, am Mittwoch einsteigt und am Samstag schon im Kader steht. Ausschließend kann man es nicht, aber hier würde ich ein großes Fragezeichen hinterher machen. Genauso wie bei Fabi Bredlow, der fehlt aufgrund muskulärer Probleme. Ja, wird wahrscheinlich dann wieder von Flo Schock vertreten am kommenden Samstag auf der Bank, muss man noch dazu sagen. Gut, wieder zurück ist Naui Ahamada nach Achilles-Szenen-Verletzungen. Der trainierte zuletzt noch individuell, letzte Woche dann mit der Mannschaft und jetzt diese Woche natürlich auch wieder voll mit der Mannschaft. Atakan Karasor hat seine offene Wunde überstanden. Der Blutagust scheint auch zurückgegangen zu sein. Er konnte ja ein paar Minuten gegen Berlin spielen, also der wird wieder zur Verfügung stehen. Auch Waldemar Anton hat seine muskulären Probleme hinter sich gebracht. Auch er stand ja über 90 Minuten gegen Berlin auf dem Platz. Enzo Mio trainiert wieder voll mit der Mannschaft mit. Könnte eine Option sein für den kommenden Samstag. Könnte natürlich auch sein, dass er nochmal bei der zweiten Mannschaft aushelfen darf. Aber der ist wieder fit. Bei Marc-Oliver Kempf, ja, da weiß ich nicht genau, wie der Fitnesszustand sich jetzt entwickelt in der laufenden Trainingswoche. Weil das scheint ja das Problem gewesen zu sein, dass Matarazzo angemahnt hat. Deswegen stand Marc-Oliver Kempf nicht im Kader gegen Berlin. Da haben wir uns ja schon verwundert die Augen gerieben. Der angeschlagene Karasor ist dabei. Der genesene Kempf nicht. Aber offensichtlich hat sich der Marc-Oliver Kempf, ich weiß nicht, die Weihnachtsplätzchen zugutschmecken lassen. Und muss jetzt erstmal wieder in Sachen Kondition und Fitness nacharbeiten. Ja, ich meine, die Personalie Kempf wäre ein komplettes kommunikatives Desaster vom VfB. Also er geht gegen Augsburg raus als Vorsichtsmaßnahme, spielt dann vier Wochen nicht, ist jetzt irgendwie fit oder doch nicht und so weiter. Also ganz schwierig. Also man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er gegen Augsburg weitergespielt hätte. Weil dann wäre er noch länger ausgefallen, vielleicht zwei Jahre oder so. Nee, aber er hätte sich ja einen Muskelbündelriss oder so zuziehen können. Ja, aber was ist denn mit ihm? Das ist doch klar, Faszienprobleme waren das Thema im linken Oberschenkel. Ja gut, also das ist so wie, weiß ich nicht. Der hat halt keine Faszienrolle, das haben wir ja schon mal hier ausgehauen. Ja genau, ja, ja. Gut, die Davi stand heute auch wieder auf dem Platz, der hat sich mit einer Erkältung rumschlagen müssen. Scheint wieder fit zu sein. Roberto Massimo, haben wir vorhin drüber gesprochen, musste mit Schwindel und Übelkeit ausgewechselt werden zur Halbzeit gegen Berlin. Ist aber wieder auf dem Damm, stand heute auch auf dem Trainingsplatz und hat auf Instagram, habe ich gesehen, mit einem niedlichen Hund gekuschelt. Also das scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Und ein kleines Fragezeichen müssen wir noch hinter Silas Kartonpaar im Wumpaar machen, denn der hat sich offensichtlich bei Roberto Massimo angesteckt, denn der fehlte heute mit Magen-Darm. Also gute Besserung an der Stelle. Oder zu viel Schoko-Nikoläuse. Ja, oder neben Roberto Massimo gesessen. Wie gesagt, wenn der Massimo sich in der Halbzeit übergeben hat und der Silas hat ihm das Haar nach hinten gehalten oder so. Was weiß ich. Nein, ich denke aber, dass Silas bis zum Wochenende dann wieder durchgehen müsste und eine Option darstellen sollte. Jetzt kommen wir zur Aufstellung. Und ich sage schon mal, Müller ist ja klar. Die erste Frage, die ich mir stelle, Mafropanus Anton Kempf oder Mafropanus Anton Ito oder was ganz anderes, Sebastian? Ähm, also ich bin auch der Meinung, wenn Marc-Oliver Kempf wieder fit ist, dann spielt er. Und insofern bin ich da bei dir, Mafropanus Anton Kempf. Achso, das muss man dazu sagen. Ich schreibe hier immer schon so eine Aufstellung auf. Ja, ja, ja. Was der Sebastian nicht weiß, ob ich das dann auch schon so ernst meine oder ob ich das dann einfach so als Diskussionspunkt schon mit reinschreibe. Also ich meine es ernst. Ja, okay, das ist schön. Aber hier war es dann wirklich erstmal so ein Diskussionspunkt für mich. Nicht, weil ich Ito besonders schlecht fand. Also wir haben das Spiel gegen Berlin nicht aufgrund von Itos Leistungen hergegeben, muss man ja so sagen, auch wenn es mit einem Punkt endete. Ja, aber du hast schon gemerkt, dass er in manchen Situationen nicht mehr das so abrufen konnte, was wir zuletzt gesehen haben. Jetzt bei Kempf weiß ich, wie gesagt, nicht, was das Problem ist. Es hieß, er ist noch nicht ganz so fit. Das kann aber auch vieles bedeuten. Ich habe ja gerade so scherzhaft angedeutet, vielleicht hat er zu viel Plätzchen gegessen, ein bisschen Übergewicht, was weiß ich. Wenn es aber wirklich nur die Spritzigkeit war, die gefehlt hat und er sich da jetzt rangearbeitet hat und ranarbeiten wird, dann ist er natürlich auch wieder eine Option für die Startelf. Keine Frage. Und gegen den Woutbürger vorne drin würde ich mir so einen abgekochten Innenverteidiger ganz gut gefallen lassen, muss ich sagen. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, wenn Kempf bei 100 Prozent wäre, würde ich, glaube ich, Kempf Ito vorziehen. Deswegen, du hast ja schon gesagt, du bist dabei, deswegen habe ich Kempf jetzt hier reingeschrieben. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, Marc-Oliver Kempf ist jemand, der auch in der Lage ist, wenn er merkt, dass die Mannschaft irgendwie so ein bisschen den Bach runtergeht oder den Fokus verliert, dann da mal im wahrsten des Wortes reingrätschen kann. Und ganz legendär, seine Grätsche gegen den KSC im Derby, die vermutlich komplett unnötig war. Die Jahrhundertgrätsche. Genau. Aber er ist jemand, der vermutlich die Mannschaft nochmal aufwecken kann. Und deswegen glaube ich, wir brauchen ihn gerade. Ja, also ich hätte kein Problem damit, wenn er spielt. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Ito als linke Halbverteidiger anfängt gegen Wolfsburg. So, dann würde ich noch Sosa und Massimo als Wingback setzen. Siehst du es anders? Äh, nö. Ja, also, denn jetzt komme ich zur Baustelle, möchte ich mal so sagen. Jetzt habe ich fünf Positionen und mehrere Kandidaten zur Auswahl. Also ich lege mich schon mal fest, Endo und Mangala stehen auf jeden Fall in der Startelf. Ja. So, dann ist halt die Frage, wie stellst du das alles dir zusammen im Mittelfeld? Dann spielen wir wieder so, dass der Karasor mehr oder weniger als Sechser vor den drei Innenverteidigern spielt. Und dann kommen zum Beispiel Endo Mangala plus noch ein vorgelagerter Zehner oder von mir aus etwas offensiverer Achter. Je nachdem, wie sich Matarazzo halt überlegt. Oder wie machen wir es? Und dann ist die nächste Frage, spielt Karasor überhaupt? Der hat jetzt gegen Berlin nicht einen Zweikampf gewonnen. Der hat ja gegen Mainz nicht immer ganz so geklänzt, gerade was das Passspiel angeht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Davor war er eigentlich ganz stabil. Ist es mal wieder Zeit, Nathai reinzuwerfen? Was ist eigentlich mit Ahamada? Also das ist so jetzt gerade meine Baustelle. Also Endo Mangala sind gesetzt. Dann können wir sagen, streiten sich Karasor, Nathai, Ahamada, Förster, Klimowitz und Didavi um die anderen beiden Plätze. So sehe ich es jetzt aktuell. Wen würdest du denn ins Rennen schicken? Also vor der Doppel-Sechs sehe ich auf jeden Fall Förster. Also das Tor erzielt und auch, ich finde, keinen schlechten Auftritt gegen Berlin gehabt. Also ich würde Philipp Förster da in der Startelf auf jeden Fall sehen. Und dann ist echt die Frage, brauchen wir zwischen der Dreierkette und der Doppel-Sechs noch diese Instanz, die Karasor lange Zeit gegeben hat? Und die jetzt natürlich auch Nathai oder Nahamada geben könnte. Und da bin ich ja echt komplett unschlüssig. Ich lege mich fest. Ja, komm. Und dann kannst du intervenieren. Also ich würde mit Endo auf der Sechs beginnen. Mit Nathai auf der linken Halbposition, sage ich jetzt mal. Und mit Mangala auf der rechten Halbposition. Und dann davor eben mit Förster. Also sprich, mit einer Raute würde ich spielen. So würde ich ins Rennen gehen. Er hat, glaube ich, gegen Gladbach gespielt, oder? War es das Spiel? Ja, ich glaube, ja. Ja, so könnte ich es mir vorstellen. Also Karasor, ich habe gar nicht so viel gegen ihn. Aber er hat mir halt in den letzten beiden Spielen, auch wenn er gegen Berlin nicht lange auf dem Platz stand, nicht so gut gefallen. Er ist derjenige, der natürlich auch viel organisiert. Das sieht man immer wieder bei Standards und so. Gibt eher Kommandos. Also ich glaube, dass er für die Mannschaft schon sehr wichtig ist. Aber ich fand, Nathai, immer wenn er dabei war, eigentlich hat er immer gute Leistungen gezeigt. Und von daher hätte ich kein Problem damit, wenn du ihn jetzt mal bringen würdest. Mit Förster habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Den habe ich dir jetzt gegeben. Weil, klar, du hast ein gutes Argument geliefert. Er hat einfach das Tor erzielt. Hat auch sonst jetzt nicht grobe Fehler gemacht. Also sprich, er hat jetzt nicht ständig irgendwie einen Zweikampf verloren. Aber das Problem, was ich ja mit ihm habe, ist, dass er in vielen Situationen zu passiv ist. Also gerade, wenn es dann darum geht, aktiv mit nach hinten zu verteidigen. Und da würde ich mir zum Beispiel von einem Didavi sogar mehr erhoffen. Und gerade in der Formation, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, könnte ich mit einem Didavi wahrscheinlich besser leben. Aber am liebsten hätte ich da eigentlich Mammusch, muss ich sagen. Und vorne im Sturm einen guten Stürmer. Also, um das jetzt auch noch aufzumachen, das Thema. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Matarazzo Tibidi in den Sturm stellt. Das schließe ich komplett aus. Und Al-Ghadoui schließe ich eigentlich auch aus. Ich denke, Mammusch wird da vorne drin stehen. Ja, da gehe ich mit, genau. Und wie machen wir es jetzt im Mittelfeld? Gute Frage. Es ist nicht leicht. Wie gesagt, wir wollen natürlich auch Veränderungen sehen, wenn der Trainer schon moniert, dass die Spieler nicht alles abrufen. Und deswegen sehe ich auch Nathai in der Startelf. Nathai ist in der Startelf, Endo Mangala und dann Förster. Äh, ja. Kein Didavi. Nein. Gut, Kimowitz ist auch erstmal raus. Äh, ja. Äh, ja. Vielen Dank.